Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute erkläre ich euch, wie ihr den Total Shutter Count eurer Kamera auslesen könnt. Und der Total Shutter Count gibt an, wie viele Bilder schon mit eurer Kamera aufgenommen wurden. Und zwar ist das Video heute speziell für Nikon Kameras. Bei Canon Kameras funktioniert das anders. Und das, was ich euch heute zeige, funktioniert auch nur bei Nikon Spiegelreflex Kameras. Ja, um den Total Shutter Count bei eurer Nikon Spiegelreflex Kamera auszulesen, braucht ihr das praktische Programm Irfenview. Das gibt es kostenlos im Internet. Ja, und ich habe mir hier schon mal ein Beispielfoto von mir vorbereitet. Das habe ich mit meiner Nikon D7000 aufgenommen. Und zwar öffne ich das jetzt mal mit Irfenview. Und zwar habe ich das jetzt geöffnet mit Irfenview. Dann gehen wir hier oben auf die Bildinformationen mit dem kleinen i. Steht das hier. Dann öffnet sich hier ein Fenster. Da klicken wir dann hier auf die Exif-Daten. Eventuell müsst ihr euch auf der Irfenview-Seite noch ein Plugin runterladen, damit das Programm auch die Exif-Daten anzeigen kann. Ich weiß nicht, ob das bei mir schon gleich dabei war. Eventuell müsst ihr es euch halt runterladen, wenn das noch nicht geht. Und dann klicken wir jetzt mal hier auf diesen Button. Dann öffnet sich wieder ein Fenster. Und da stehen dann ziemlich viele Parameter zu eurer Kamera und zu eurem Bild. Und da scrollen wir mal ein Stück runter. Dann steht hier unter Noise Reduction der Punkt Total Pictures. Das sind in meinem Fall 17.459 Bilder. Und dieser Wert gibt an, wie viele Bilder schon mit eurer Kamera aufgenommen wurden. Das funktioniert, wie gesagt, nur bei Nikon-Spiegelreflex-Kameras. Ich weiß nicht, ob das bei Kompakt-Kameras geht. Das konnte ich leider auch noch nicht überprüfen, weil ich keine Nikon-Kompakt-Kamera habe. Und wie das bei Canon-Kameras geht, kann ich euch auch nochmal zeigen. Wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar unter mein Video schreiben oder mir eine Nachricht senden. Dann mache ich dazu gerne auch noch ein Video. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr gerne noch mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich abonnieren. Das kostet nichts. Ich freue mich über ein Abo. Und ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand und seht die neuesten Videos von mir. Vielen Dank fürs Angucken. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch ein gutes Licht. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.